So hallo und herzlich willkommen mal zu einem Tutorial, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr farbige Schilder in Vanilla Minecraft bekommen könnt. Und dafür nutze ich den Tello Editor, den wir auch schon in anderen Videos gesehen haben. Und da gibt es einen neuen Punkt seit dem Snapshot 14W25A, der sich Sign nennt. Dort können wir uns jetzt einen Schild geben, das sozusagen einen farbigen Namen mit. Können wir mal zeigen, wenn ich hier zum Beispiel eintrage, hallo Oma, ich bin hier auf YouTube. Und dann können wir das Ganze noch farbig einfärben, einfach mit Edit draufklicken und dann können wir uns eine Farbe aussuchen. Blaue schon mal vorgegeben, habe ich jetzt gerade schon gemacht. Wir können auch dafür sorgen, dass der Text nachher fett wird oder auch was anderes zum Beispiel noch unterstrichen wird. Können wir hier alles einstellen und wenn ihr die Sprache hier nicht auf Deutsch habt oder das gerne haben wollt, könnt ihr auch oben hier die Sprache ändern. Alles ist hier möglich mit dem Tello Editor, das ist wirklich sehr umfangreich, wird nochmal ein extra Tutorial auch zu diesem Ding geben. Wenn wir damit zufrieden sind, können wir ja auf Text hinzufügen klicken. So eine Klickereignisse oder Mausoverereignisse gibt es da noch nicht, also kann sein, dass die demnächst noch hinzugefügt werden, aber momentan gibt es die noch nicht. Und wenn wir jetzt hier einfach mal den Text kopieren, wird es nochmal ein kleines Problem geben, aber das werden wir auch noch bald beheben. Aber um erstmal zu zeigen, dass es überhaupt geht, kann ich hier den einfügen und sobald ich dann den Command ausführe, bekomme ich jetzt hier ein Schild. Und sobald ich das setze, glaube ich sozusagen hier den Command, den ich habe, hier fett unterstrichen, den farbigen Text, den ich auf dem Schild draufhaben möchte. Problem daran ist, dass im Prinzip der Text nicht zu Ende geschrieben wurde. Also der automatische Zeilenbruch, den gibt es hier noch nicht und den müssen wir manuell einfügen, damit wir hier nachher auf diesen Text kommen, den ich gerne haben möchte. Das ist der Text, den wir hier zielgerichtet erhalten wollen. Ganz normal einfach hier, dieser Text soll nachher farbig sein und dafür, ich will mal ganz kurz hier den Terror Editor und gehen Schritt für Schritt in der anderen Variante vor. Und dann, äh, erster Schritt ist, dass wir uns erstmal hier den Text kopieren, denn wir müssen ja wissen, wo genau die Zeilenbrüche stattfinden. Weil wie gesagt, die Zeilenbrüche müssen wir momentan auch manuell durchführen. Es kann sein, dass demnächst nochmal die, oder der Terror Editor auch da auf Zeilenbrüche geupdatet wird, aber solange es eben nicht geht, müssen wir es anders machen. Und zwar, da habe ich gedacht, Escape drücken, dann holen wir uns am besten unser Notizprogramm unserer Wahl, zwölf drücken, da haben wir noch ein bisschen alles kompakter. Und dann habe ich mir hier den Text, der da steht, erstmal hier schon notiert und dann werden wir diesen Text sozusagen in vier Schritten eingeben. Also wieder wegziehen, zwölf drücken, dann wieder, ist ja jetzt weg erstmal, warum erstmal nicht weiter. So, gehen wir wieder zurück in den Terror Editor und fangen sozusagen immer in vier Schritten an. Der erste Schritt ist natürlich, die erste Teile einzugeben, einmal hier kurz, einmal runterscrollen. Und der erste Text ist hier, hallo Oma, Ausrufezeichen. Gehen wir also hier einfach ein, Text hinzufügen, einfach nur, hallo Oma, Ausrufezeichen. Dann haben wir jetzt schon einmal, ja, sollen wir einfach mal die Farbe grün haben. Und wenn wir damit fertig sind, klicken wir auf Text hinzufügen, das ist der erste Schritt. Dann kopieren wir uns den Command hier, STRG-C und fügen den Command-Block ein, einfach mal hier, STRG-V. Der andere brauchen wir ja nicht. So, jetzt haben wir hier den ersten Text, der erstmal hallo Oma nennt. Das ist der erste Schritt, eigentlich ganz einfach. Wenn wir schon mal testen, wenn ich hier auf Confidence drücke, bekomme ich jetzt hier erstmal ein Schild, auf dem erstmal die erste Zeile steht, hallo Oma. Und jetzt müssen wir natürlich noch die drei weiteren Zeilen eingeben. Dafür lächeln wir den Text wieder hier. In der nächsten, die nächste Zeile haben wir hier aufgeschrieben, ist dann guck mal, ich, einmal hier, guck mal, ich. Können wir jetzt auch mal in einer anderen Farbe einfärben, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Zum Beispiel jetzt einfach mal hier, nicht mehr Fett, sondern einmal hier zum Beispiel Gold, also Orange, einmal Text hinzufügen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir uns nicht mehr an den gesamten Text kopieren, sondern nur hier, Text 1 bis zu diesen Anführungsstrichen. Obwohl das Komma kann man auch mit kopieren, aber den Rest, den wir hier haben, der muss nicht mehr mit kopiert werden. Kopieren wir uns also und fügen das in den Command-Block hier und zwar genau an dieser Stelle. Dieses ID ist hin, können wir direkt wieder löschen. Und das Komma, glaube ich, können wir stehen lassen. Einmal kurz STRG-V drücken, haben wir das hier eingefügt. Das Komma kann direkt stehen bleiben. Und dann gehen wir nochmal an den Anfang des Textes und zwar müssen wir hier aus dem Text 1 ein Text 2 machen. Also im Prinzip, es endet hier die erste Zeile, danach beginnt dann die nächste Zeile mit einem Komma getrennt. Machen wir aus Text 1, Text 2 und dann können wir hier zum Ende zurückgehen. Ich habe jetzt die Steuerungstaste gedrückt, damit es schneller geht und fügen dann hier die nächste Zeile ein. Kommt mal, mal gucken. Einmal geöffnet und dann hier, wo wir in die dritte Zeile reinkommen, in die dritte Zeile reinkommen. Bin bei diesem ist die nächste Zeile. So, ich habe noch mal kurz mal hier. Bin bei diesem. Kann ich jetzt mal so zu machen. Wenn ich jetzt noch möchte, dass zum Beispiel bin bei einer anderen Farbe ist wie diesen, können wir auch erstmal bin bei hier angeben. Dann das erstmal löschen. Dann können wir zum Beispiel hier die Farbe wieder ändern. Zum Beispiel jetzt einfach mal in Rot. Einmal in Text hinzufügen. Und wenn wir jetzt diesen anderen Farbe haben möchten, dann können wir einfach hier nochmal Leerzeichen diesem eingeben. Und dann uns eine andere Farbe auswählen. Zum Beispiel dunkelblau. Auch alles kein Problem. Dann gehen wir auf Text hinzufügen. Und kopieren uns wieder das oder den Text von oder anfänglich angefangen bei Text 1. Bis zu diesem Komma hier. Den Text kopieren wir uns immer. Alles andere, wie gesagt, interessiert uns bei den weiteren Zeilen erstmal nicht. Einfach kopieren. Wieder in Minecraft reingegangen und fügen das hier wieder ein. Den Schritt kennen wir glaube ich schon. Gehen wieder zurück zu dem Text 1. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Text, weil wir die Farbe mittendrin geändert haben. Und machen dann hier aus Text 1, Text 3. Und wie man in der vierten Zeile vorgeht, kann man sich glaube ich auch denken. Aber wir können es nochmal zur Kontrolle auch nochmal richtig machen. Ich hätte vielleicht auch wieder Steuungsdaten drücken können. Jetzt kann es wieder ein bisschen schneller beim Scrollen. Und dann gehen wir jetzt zurück und fügen dann den letzten Teil noch ein. Da steht jetzt hier YouTube zu sehen. Und das Apostrophe haben wir jetzt gespart, aber das ist auch nicht egal. Wenn wir uns das hier raushauen. Und dann haben wir jetzt einfach hier einfach noch YouTube zu sehen. Das ist aber wie gesagt Apostrophe glaube ich passt nicht mehr hin. Einmal Ausrufezeichen angepackt. Und dann haben wir jetzt auch mal die Farbe nochmal ändern. Zum Beispiel auf schwarz. Jetzt sage ich nur ein Beispiel. Sieht natürlich total hässlich aus. Hier brauchen wir das ja alles gemacht. Genau, brauchen wir nichts. Wie gesagt, ich klicke eigentlich so ein Ausrufe, funktioniert nicht. Deswegen, das kann auch raus. Aber hier haben wir sowieso keins angewählt. Also alles in Ordnung. Andere wollen wir eigentlich eigentlich nicht hier drinnen haben. Deswegen haben wir uns hier auf Edit klicken. Und dann mache ich diesen unterstrichenden Tag wieder weg. Dann haben wir hier einen kleineren Command. Und dann machen wir uns hier einfach wieder Text. Kopieren wir hier raus. Und gehen wieder bis zu diesem Komma. Obwohl das Komma brauchen wir nicht, weil das die letzte Zeit ist. Kopieren uns das Ganze wieder. Fügen das in Minecraft ein. Und jetzt kann man sich schon ahren, was wir tun müssen. Bisschen wir einfach noch ganz kurz hier wieder aus dem Text 1 einmal den Text 4 machen. Und wenn jetzt alles richtig war und hier auf den Kopf draufkomme, bekomme ich ein Schild, auf dem alles draufsteht. Genau, hier. Hallo Oma, guck mal, ich bin bei diesem YouTube zu sehen. Und gut, Text schwarz war natürlich jetzt ein bisschen von der Farbe her schwarz angeben, war jetzt nicht ganz sinnvoll. Aber es ist, glaube ich, auch halb so wild. Das Prinzip sollte erläutert worden sein. Hierbei, guck mal, und bei Binnenbei habe ich jetzt natürlich noch unterstrichen, auswesend mit reingewastelt. Aber man sieht dann, all diese ganzen Befehle kann man da reinbasteln. Und das soll es dann soweit gewesen sein. Links geht jetzt zu einem Video, nämlich ich zeige, wie man benutzerdefinierte Bilder in Minecraft einfügen kann. Zum Beispiel hier diesen Banner von 4VP auf unser Server-Map. Oder ihr könnt rechts klicken für ein Tutorial, nämlich ich zeige, wie man Twitch mit YouTube verknüpfen kann. So dass die Livestreams auch automatisch auf YouTube hochgeladen werden. Allerdings sind wir eben auch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.